Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom1974 und an meiner Seite der großartige Starkiller vom TelespielTV Channel und wir gucken uns an Kendo Rage. Ich bin ja richtig stolz auf dich, dass du den Namen dir auswendig gemerkt hast. Kendo Rage. Hallo, ich bin Jo, kurz vorm für Josephine. Hm, juck. Ich mag Martial Arts, besonders Kendo. Unüberhaupt. Und ihr seht das typische Anime-Feeling mit, äh, was auch immer. Ihr werdet gleich sehen, ich dachte eigentlich, das wäre ein Beat'n'up, aber nee, das ist ein Jumbo-Run. Und bevor die Demo startet, starten wir jetzt einfach mal. Du hast ja schon ein paar Sekunden dieses Spiels genossen. Ja, aber nur ein paar Sekunden. Und war sofort begeistert. Und wie, ich hab dann sofort an dich gedacht und hab gemeint, das musst du machen. Für mich ist ja noch zu früh, mein Kanal ist ja noch geschlossen jetzt, während wir das aufzeichnen. Ich fang, ich, äh, nehme diese geniale Passage, genau. Ich, ich, ich mach gleich die Geologe. Warum halbst du dich so? Wer will das wissen? Ich bin es, Osaki Yorutomo. Japans größter Kendo-Meister. Aber du kannst mich gerne Bob nennen. Natürlich. Sensei? Ja, das ist, was ich bin. Wir werden nun mit deiner ersten Lektion beginnen. So bald? Aber ich muss doch erst noch essen. Aber Angst, die Welt kann nicht so lange warten. Verschmutzung, Überbevölkerung, Krieg. Wir dürfen unsere Queste nicht verzögern. Um das Böse von der Erde zu bringen. Oh. Was? Ich hasse irgendwas. Aber du kannst uns da an, indem du die bösen Kreaturen besiegst. Auf dem Weg zu deiner Schule. Bist du wahnsinnig? Äh, denke nein. Für deinen Schutz haben wir diesen antiken Zopiki-Talisman von dem Zauberer Hyundai, kein Auto, bei seinem 400. Geburtstag bekommen. Dieses Totem gab der großen Verrieter starke, um Generals, Motos, Legionen im Kampf von Detroit. Ist es tatsächlich so zu besiegen? Dieses mystische Abolett gibt dir Unverwundbarkeit, mehr oder weniger. Oh, es ist so süß. Wo sind die Batterien? Oder wo müssen die Batterien rein? Wir sind verdammt. Gibt's das auch im Blau? Äh, boah. Also, typisch Magic-Girl-Anime. Ja. Sailor Moon Reloaded eben. Äh, Charaktere, die zu dumm sind, eigentlich in einem Wasser umzukippen. Und natürlich retten die die Welt. Ja. Wer sonst? Ist halt wieder dieser typisch japanische Humor eigentlich. Genau. Mit großer Macht kommt große Dummheit oder so. Macht den Dummen. Ja gut, ist ja in der Politik meistens so. Äh, ja, leider fast immer. Der Ehrliche ist der Dumme, um das gleich noch zu toppen. Ihr seht übrigens, ich mache jetzt mal hier, ne? Wenn wir schon, das Mädel, das Marshall-A-Liebs und wahrscheinlich auch lange Spaziergänge im Mondschein. Hier. Jetzt hier. Für alle Anime-Fans. Haha. Große Glubsch-Augen. Viele Bubbles. Wir sind zu Hause. Es erfüllt aber, glaube ich, das kann ich, glaube ich, deine Meinung auch schon mal ein bisschen zusammenfassen. Das Charakter, die, 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 der das, den Charakter, es ist wieder so unmöglich, dass es eigentlich schon wieder gut ist. Es hat was. Das muss man so, es hat was. Du hörst ja auch diese unglaublich typisch japanische Gedönsmusik. Ach, jetzt muss ich wieder komplett zurück. Das würde jetzt zu jedem Spiel passen, äh, aus diesem Bereich. Ja. Ich weiß gar nicht, vielleicht hat, äh, Madame hier auch noch ein paar Specials. Ihr könnt, uah, so, ich sag mal Bubbles einsammeln, das mich so ein bisschen an Turrican erinnert hat. Und dann kriegt er dementsprechend auch neue Moves. Was ist das denn? Kann ich das kaputt machen? Warum nicht? Möchte ich aber. Ich weiß, Gewalt ist keine Lösung, aber, pff, mein Gott. Ist ja nicht meins. Hier, das ist, das wäre Superbubble gewesen. Und ihr seht, die verändern die Farben und je nach Farben kriegt man dann irgendeinen Move. Fragt mich nicht, was jetzt der beste Move ist. So, sind wir schon hier. Kommen wir tatsächlich wieder zum Boss. Boah. Ah, ja, ist klar. Der Pedro Bär oder was auch immer. Klar. Kleine Schulmädchen auflauern, natürlich. So mitten in der Nacht, ne, im düsteren Wald. Höh. Ich zeig dir mal meine Tatze. Höhöhöh. Die Reizschüssel kannst du nicht mitnehmen. Doch, geht. Ah, geht. Hat es was gebraucht? Ich glaube, es gab HP, glaube ich. Aha. So. Miete die Große, Joe. Der idiotische Sanky. Wird niemand wissen, dass du es bist. Bossfight. Aua. Aua. Dann haust mir die ganze Zwie-Energie weg. Ja. Nimm deine Stachel-Dinger noch sonst wohin. Aber dich krieg ich trotzdem besiegt. Ha, ha, ha. Gib auf. Ja, einfach eins auf die Mütze. Die Treffler ist ja da. Du hast es geschafft. Super. Dafür kriegst du einen Bus. Super. Hier ist eine Fahrkarte mit dem Schulbus nach. Gut gemacht. Genau. Aber in diesen Worten, des großen Meisters, Mitsubishi, natürlich. Du hörst nichts jetzt. Oh Gott. Was soll das als Südstaaten-Akzent sein? Du hast noch nichts. Das war noch gar nichts. Oh Gott. Ja. Kann es sein, dass es hier einen Plan gibt zum Thema Autos? Kann das sein? Schnee. Ich kann das Gefühl nicht los, ne? Bin ich dafür wirklich angezogen? Ja. Ich weiß, jetzt schreiben die ersten... Ach, da kann man sogar versinken. Geil. Hier. Kann man keinem Schnee versinken. Bööö. Doch so ein Scheiß stehe ich doch. Ja, ich weiß, die ersten schreiben in den Kommentaren, die hat sowieso zu viel an, aber... Ihr seid merkwürdig da draußen. Das finde ich am geilsten, den tödlichen Karaoke-Sängern, der euch mit J-Pop angreift. Oder mit Musik von Modern Talking. Die Frage ist, was ist die schlimmere Waffe? Sherry, Sherry, Lady, brava, Louis, Louis, Louis. Du kannst gewinnen, wenn du willst. Uno Atlantis ist calling, glaube ich. Dann haben wir es schon, glaube ich, alles. Und das Traurige ist, dass du dich da so gut auskennst. Ich hatte die erste Platte auch wie jeder Deutsche, der den großartigen Dieterbrüllen, den Musik-Titan... Ja. Der heute Werbung für Versicherung machen muss, um über das Wasser zu kommen. Ja, gut. Jeder muss mal sehen, wo er bleibt. So, komm, jetzt machen wir Eisbären platt. Was tut er da denn eigentlich so seltsam? Da kann ich bestimmt rutschen. Ja, kann ich. Das übliche, man muss sich nicht bewegen, man rutscht selber. Ach, cool. Ah, okay. Komm, machen wir einfach mal selbst einen Tunnel. Können wir nach oben? Können wir natürlich auch. Na? Na? Na, hätte man wahrscheinlich vorher wissen müssen. Wir gehen mal ein paar weiter. Und das Wichtige ist, keine Ahnung. Aber da geht's auf jeden Fall weiter. Boah. Was hupt denn da? Sind das Hub-Zombies oder was? Ja, klar. Ich meine, es geht ja hier um Autos. Wahrscheinlich. Wehe, es schreibt jetzt einer in den Kommentaren. Ja, hier geht's ja auch um viele Hupen. Dann gibt's Theater. Komm. Der Karaoke-Mann ist weg. Die respawnen noch bestimmt. Nein, tun sie nicht. Das ist ja mal fair. Ah. Was kommt denn da? Okay, das kann ich so wegmachen. Das ist ja okay. Ja, komm. Tschüss. Tschüss. So, auf Wiedersehen. Karaoke-Bruder. Nächster Boss. Was bist du denn für einer hier? Ach, das ist mein Geek. Das ist mein Auftritt. Süße. Ich werde deine Welt rocken. Und eins und zwei und drei und vier und fünf und sechs und sieben und acht und neun und sieben. Äh, tot? Ging schnell. Ja, natürlich continue. Ach, muss ich wieder alles von vorne machen. Na ja, gut. Wir wissen ja jetzt, wo's lang geht. Schnee! Ich hatte das Gefühl, dass ich das schon mal gesagt habe. Ich hab so den Revue-Effekt. Mein Gott. Ich werde alt. Ja, stimmt. Ich bin ja auch, äh, gemäß dieses Spiels sicherlich schon 21. Und sehe aus wie zwölf. Haben mich verdammt jung gehalten. Auch ein typischer Japano-Gag. So. Alter. Jetzt krieg ich aber hier mal richtig die Hoke versohlt von diesen Pac-Man-Geistern. Ach, die Roten sind bestimmt die Bösen. Die, also noch Böseren. Jaja. So, weg, weg, weg. So, auch weg, weg, weg. So, wir rutschen wieder. So, jetzt kann ich ja eigentlich mal gucken. Ob ich das mal mit oben hinkriege. Was ist denn, wenn wir einfach mal... Können wir da so einen Weg bauen? Jetzt brauchen wir noch, hm? Das klappt irgendwie nicht ganz so gut. Aber jetzt könntest du was machen. Ja, natürlich. Also. Timestop? Und das ist Freileben? Vielleicht? Das andere könnte ja. Ha, ha, ha. Ha, ha. Hier. Guck mal, Karaoke-Man. Aua. Du schlägst, kleines Schulmädchen. Ich glaube, es hängt. Alter, wo kommen wir denn da ein? So. Jetzt hauen wir wieder diese Billig-Haribos kaputt. Guck, Fleck. Abonniert mich jetzt auch Thomas Goldschalb. Mal gucken. Ich rede mal mit ihm, dass er es macht. Tommy, mach doch mal. Komm. Ich habe ihn schon ins Gewissen eingeredet, aber er hat nicht auf mich gehört. So. So. Ja, ja, das haben wir schon. Kennen wir irgendwoher die Alte. Hat ein bisschen was von Milwa oder so? Uh, ja, das ist ja sehr tief gegraben gerade. Und besiegt. Du hast ausgesungen. Du hast es geschafft. Super. Nächster Bus. Der hat ja jetzt eine andere Farbe. Du wolltest doch auch blau. Hat der auch Batterien? Schnauze. War das nicht schön? Ich habe nicht erwartet, dass der große Zauberling nur... Irrplax? Ohrhörer? Wat? Wat ist hier los? Wieder ein Bus. Was? Ah, da ist etwas fishy hier. Ja. Ah, ich konnte dem Witz nicht widerstehen. Ja. Okay. Unter dem Meer. Wo bekanntermaßen... Rothaarige Meerge, wo Frauen sind. Und singende Krabben. Ähm. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Ach so. Ach klar. Man kann schwimmen. Nee, ist klar. Das Übliche... Was typisch ist... Wasserlevel machen ja so viel Spaß in Videospielen. Da ist auch der bekloppte Singe Huma oder so. So, auf Wiedersehen. Das ist ja ein bisschen gestört. Vielleicht ein bisschen zu viel Öl abgekriegt. Oh, Killer-Algen. Natürlich. Klar. Was erwarte ich sonst im Meer? Hm, auch so wie im richtigen Leben. Oh, Bossgegner? Oder was ist das? Oder Molekül-Man? Eine Unterwasser-Erbse, oder wie? Aua. Aua, wie kann ich den denn? Ja, klar. Auf den Kopf, das ist mir schon klar. Warte, kann ich dir mal eine Sea-Energie aufbauen? Das wäre ja wahrscheinlich passend. Ja, du bist auch geil. So. Na ja gut. So beeindruckt war der jetzt nicht. Aua. So, was ist das? Was bringt uns das Eis? Leben. Ist klar. Eis unter Wasser bringt euch Leben. Merkt euch das. Uah. Das ist Strömung, ne? Uah. Wie ich solche Effekte liebe. Uah. Uah. Wie gut, dass solche Stellen gar nicht nervig sind. So. Ah, komm. Geh. Geh. Uah. Foodfight. Ach du Scheiße. Achtetypen. Sushi. Zum Dinner. Ist klar. Jetzt kommt Little Nemo oder... Kommt unser Kugelfisch. Der mit Würmern schießt. Ist klar. Da kommen nur mehrere. Ne, ist... Ist klar. Läuft. Mhm. So, wir haben eh nur noch ein Leben. Das machen wir jetzt noch. So, und dann... Und dann... Na, komm. Dann kann ich dich noch weg. So, den haben wir. Kann ich da meine Sea-Energie aufladen in der Sekunde? Naja, vielleicht soll ich noch treffen. Und da geht man drauf. Naja, vielleicht tue ich euch da noch mehr von an. Das war... Hier. Kendo. Rage. Und, joa. Mal gucken, was wir noch zu finden. Deine großartigen Schlussworte an den großartigen Starkiller. Ich danke mal für Japanologen und, äh... Sonstige. Sehr interessantes Spiel. Ist mir persönlich ein bisschen zu durchgedreht. Aha. Spießer. Schreibt in die Kommentare, Spießer. Also, ich spiele lieber die Janna Sisters. Ganz ehrlich. Ja, die gibt es aber auch in der... Schulmädchenuniform. Hör mal. Nö, die gibt es sogar im Schlafanzug. So mehr oder weniger. Gut, das ist nicht unbedingt mein Fetisch. Ja, das ist jetzt auch nicht am Link für YouTube geeignet. Alles klar. Das war Kendo Rage. Ich bin euer MrVenom1974. An meiner Seite der großartige Starkiller vom TelespielTV Channel. Beide Kanäle euch mal angucken. Beide Kanäle auswendig lernen. Ich stelle nachher Fragen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.